Ich wünschte nicht. Echt? Meinst du? Okay, doch, ich wünschte nicht. Ehe. Ja, hab ich nicht, hab ich nicht. Hat die CD drauf. Okay, hab ich gesagt, du wünschte nicht. Ach, wirklich doch. Ach Gott, mein Feld ist so stark. Komm, push mehr, push mehr, push mehr, push mehr, ich will dich töte. Du mit den Gefallen und push. Ich gewordet. Meinst du? Der hat gewordet, da bin ich mir ziemlich sicher. Mir nicht. Ich hab Zeit. Fuck ey, 02 schon wieder. Ja. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Okay, hab nur drauf. Warte, 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 kurz wie ich noch da bin, dann fühlt er sich wieder sicher. Bin nämlich ein paar Metern da. Dann will ich da hinjumpen, den Stunnen. Okay. Ach, Flash doch. Na komm, gib mir die Kuh, gib mir die Kuh. Geh nix. Oh, Jesus, Mütter. Da ist diesmal ein Stück weit geworden. Sehr gut. Jetzt hat er gewartet. Hinter dir her, hinter dir her, hinter dir her. Der ganzen Bunker hat geklappt. Auf die. Auf die. Und jetzt hier, die nächsten. Ja, da kam die Kuh. Nice, Double-Kill. Mach mal schnell den hier geholt. Eins, zwei, drei, weg. Ah, Flash, hab ich dauerne Panzer. Mit dem ist wieder miss. Ist, äh... Fache, den Schneid. Wie ich den Spell hasse war. Jetzt geht es los. Die spielen richtig Tank-Gitarik, ne? Komm, mit Dorne-Panzer und so? Ähm, muss ich gucken. Also, wenn Rammus das nicht machen will, dann ja. Ne, ich höre mir definitiv Dorne-Panzer. Ja, okay. Mach ich trotzdem, glaub ich, oder? Später. Ja. Weißen, wie geht den Traven? Im Moment ist er noch nicht zu stark. Ja, aber Traven wird halt stark. Ich schaue mit Traven an ein Late-Game 1.700er Kriegs rein und das ist schon was. Der Moment ist unser AD Carry stärker als der AD Carry. Das ist nicht gut. Ich bin schon jetzt zurück. Kaufen. Ist die Mitte ready? Ja, ich bin ready. Geh nochmal so aggressiv, dass die drauf geht. Und dann renne, renne, rotze. Der Gegner wurde getötet. Häh. Häh. Erschmoor. Das sind diesmal noch. Wahrscheinlich nicht, oder? Scheiße, der AD Carry nicht. Die krieg ich, die krieg ich. Was? Batze. Melfight fehlt oben. Wo ist die Bot-Lane? Unten. Nicht. Aber der AD Carry fehlt. Er fehlt ja, hab ich gesagt. Scheiße. Genau. Genau. Nice. Sponsiert Christy grad die ganze Zeit 25 Mann. Dennis? Was? Ob Christy grad die ganze Zeit Geld sponsiert. Ja, irgendwie schon. Ich weiß doch nicht, wer die Watt ist. Erstmal die Watt. Hab ich die Watt gegen geplandet. Nice. Der fiehle dich. Der will das so gehen. Die Ungard Drachen, ne? Das ist die Botschaft, der will das mir gewinne. Da steht ein Wortbarsch. Nice. Gut, also Draven hat auch noch Ulti raus. Chris ist real? Chris ist... genau, Chris ist real. Entschuldigung. Äh. Fiss. Ähm. Jay ist miss. Nicht Fiss, sondern Fiss, sag ich. Jay ist real. Drauf, drauf, drauf. Ja, ich renne, ich renne. Schade, ich kann das in Frank hängen. Mitte ist miss. Musst du nicht. Boah. Boah. Gut gemacht. Ich renne. Ich renne. Ich renne, da ist der E-Fly Clash vorbei. Genigab kommt. Ne, solche Wörter nicht nimm das Team. Nimm's weg. Vorsicht, Vorsicht. Fiss ist, äh... Wobei Genigab. Sehr gut. Was für sie? Was für die Schnitzelvieh? Alle E-Fly Spot. Alter, wie Tarek stöhnt, ja? Ich hab überhaupt gar nicht gesprochen. Ne, der Temp Tarek. Achso, ich dachte schon. WTF? Ja, genau. Machst du, weißt da irgendwas? Ja, ist egal. Ja, da haben die uns einfach ziemlich überrascht. Okay, klar. Ich glaub, die ziehen sich jetzt beide zurück. Ne. Da bin ich wieder. Ja. Das ist weh. Da war ne Panzer. Draven. Der Bluber von uns ist wieder da, ne? Ja, kannst du da holen. Ach Gott, wie der immer die ulti nudge da. Oh, Jesus. Guten Job. Hallo. Ja, boah, fehlt jetzt halt alles hier. Die laufen jetzt hier rum, weil beide Tower down sind. Wo ist der Draven? Gottverdammt. Weggegangen, oder? Ja, ich glaub ich auch. Ja, Jay kriegt jetzt ein Triple Gank. Ja, Jay kriegt jetzt ein Triple Gank. Oh, der ist weggegangen, oder? Ich glaub ich auch. Ja, Jay kriegt jetzt ein Triple Gank. Oh, da ist der Draven. Da ist Draven. Da ist Nimmer. Da ist Nimmer. Egal. Du hast ihn auf Jayne? Ja. Okay. Ich stand Eve. Die Eve kriege ich, die Eve kriege ich. Ach nein. War schon mal ein ganz gutes Teamwork. Ja. Sehr gut. Guck mal ob der Weg Christian entgegenkommt. Schade, dass ich erst getaunt hatte, nachdem die Ulti eingeschlagen war. Dann wär's vielleicht nach der Ulti gestorben. Ja. Es ist Top. Sag mal einfach nicht, obwohl es nicht so war. Naja. Ja. Hä? Ja. Wie weit gewinnst du nicht? Nö, ich weiß. Oh Gott. Ohohohoho. Boah. 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 Wollen wir jetzt mal alle zusammen den Tower Top holen? Ja. Ich würd sagen wir holen's erstmal Chris. Okay. Ich komm direkt hier vorne. Alles klar. So. Wenn er erstmal Chris holt. Scheiße. Das hab ich die falschen gekauft. Fuck. Genau vorne dran stehen gebliebe. Alles klar. Holt euch mal den Tower. Ich guck mal nach ob der im Blue da ist. Leona ist hier. Äh. Geh drauf. Geh drauf. Geh drauf. Geh drauf. Geh drauf. Prozessiv. Nice. Six kommt nicht. Okay. Six war wohl grad nicht da. Blue buff ist da. Will den jemand eben schnell? Ja. Ja. Ich passe auf dass die nicht kommen. Na das mach ich schon. Helft du ihr. Okay. Ah da kommt Raven. Ich würd's helfen. Ich schieff die Ulti zum Blue buff. Weil jetzt kann auch durch die Wand kommen. Hey da kommst du. Okay. Alles gehen. Oh doch. Drauf die killen wir noch. Ja die Conti ulti ne deutsche. Nice one. Gut. Aber das ist geskillt. Nichts gut. Okay das wird alle machen wo wir da stehen noch kurz Nesha machen. Mit 4 Mann. Mit 4 Mann? Nichts? Du machst witzig halt. Du fackst ja nicht. Ja dann halt nicht. Ja okay. Okay. Wobei. Bram. Katelyn. Und Jax. Äh. Bram. Katelyn. Und Zyra. Sind ja alle schon 14, 15 so. Ich bin 12. Naja. Hier aber. Da ist schon wieder die Leona. Ja. Lass mal rechts reingehen. Wir müssen jetzt Christian ein bisschen demütigen. Demotivieren. Okay jetzt hinten über Leona. Komm hier. Oh Flash. Na egal. Scheiß doch. Machen wir mal ein bisschen pushy oder was? Ja. Ja. Na ohne die Kälte rüber auf. Entschuldigt mir. Sechs ist auch wieder da. Und jetzt ist auch Sechs. Ja stopp wir gehen. Ja wir gehen. Ja wir gehen. Komm hoch über die Fluss. Boah lebt mir die Eier ey. Die wollten mich. Ohne Spaß. Von Merkurys. Scheiße. Komm Drang. Ah das war einfach zu viel. Was auf der Draven kommt. Die wissen was Drachen da ist. Oh mein Gott die Drachen kommt. Alles genau. Ja holt ihn euch. Von uns. Na hätte er gerne. Wer macht der ja wohl oder? Hat er schon wieder die Eier dafür benutzt. Du bleibst hier. Zurück. Nice. Na gut. Ramos OP. Bastard ist am Modellus. Sehr nice. Sehr sehr nice. Sehr gut. Äh. Achso. Ich will nicht. Ich will nicht. Ob mein Tor irgendwie fällt. Oder so. Ja ich komm irgendwie nicht die abzufahren. Muss mal Mitte halten. Top. Ist immer noch SS. Christian geht gerade irgendwo nach unten. Richtung Base. Richtung Mitte. Irgendwie so. Hier ist Mitte. Okay. Ich mach mal Echowar und Shopping. Ja. Mach du mal Ding. Mach du mal Blubar. Ich schalte Mitte. Ui. Blubar Farmin. Okay. Du bist so langsam. Weil du nur 381. Blubar Farmin. Ich hab 380. Fick dich. Warum bist du ein schneller Weg? Wo sind die jetzt Leute? Ramos. Ich mach dich schon Konkurrenz in Rüstung. Wer macht mir Konkurrenz in Rüstung? Ich hab 175. Also wenn du deinen Skill nicht anmachst. Da dein W. Ja du hast deine W permanent. Jetzt hab ich 201. Wir müssen in Fizz fokussen. Na warte. 3144. Ja ja ja. Okay wenn ich mir kurz Red schnappe. Ich fighten mit Fizz. Oh Gott. Jetzt muss ich in die Mitte kommen. Verschnitzeln. Fizz. On the way. Hey. Hä? Das war noch gut. Oh da sollte ich mir vielleicht nicht mehr reinrennen. Nee. Jetzt gehört lieber zurück. Jetzt gehört lieber zurück. LOL. Ist der echt deine Ulti ausgewichen? Ja. Scheiße. Mann das kann, wusste ich gar nicht. Ja das ist ja das Scheiße. Das ist ja das Beschissen am Fizz. Der konnte meins Skills auch so ausweichen. Der kommt von. Das ist kann alles Skills ausweichen. Ja ne. Außer da kommt mal Passive. Das geht nicht. Das geht nicht. Nee das geht nicht. Wenn du als Fizz auf dem Stab über einem roten Kopf Marsch stehst und der explodiert bist du tot. Wenn du genug. Also wenn du dementsprechend wenig schlafen hast. Über den Tram ist noch mal geholt. What the fuck. Okay. Wir müssen direkt den Fizz fokussen. Kann man eigentlich immer noch. Kann man immer noch. Kann man immer noch Kartus Ulti ausweichen wenn man mit Chaco sich äh seine Ulti genau im richtigen Moment anmacht. Mod genervt. Kann man nicht. Okay. Mit wussten muss gedreht werden. Dann bin ich wieder. Ähm. Kettlin. Wir zwei bewegen uns jetzt zum Baron mit Tari zusammen oder machen wir den? Okay. Kann ich gerne noch mithelfen. Wir haben ja gut Rüstung. Wir haben genug Rüstung. Das stimmt. Oh du hast schon ne schöne Warbox. Ja. Ein Doppelpanzer. Ich warte mal eben noch hier. Wow. Das war jetzt irgendwie mies. Oh. 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 EVE oder? 6. Fizz. 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 Fizz? Komm. Der konnte ich taue noch. Dann den. So jetzt Fizz. Jetzt Fizz. Christian? Ne. Eve. Okay. Nice. Komm jetzt push 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 push. Pushen wir Mitte. Tariq du healed mich. Hat zwei. Ein bisschen cooldown noch drauf. Aber das geht schon. Dann links. Oder dann weiter. 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 Nur Ritte. Machst du den hinten. Alles klar. Ich stun den einfach wenn er so nah kommt. Weiter. Alles klar. Oder links. Weiter. Weiter. Dann links. Oder was. Na ja. Dann gehen wir auf die bot. Auf die bot. Nicht auf die top. Wo gerade der Tower ist. Top. 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 Minions. Ne. Clifst du tankst? Ne. Lieber nicht. Oh. Oh. Der ist tot. Die konnten nix machen. Okay. Du wixer. Die. The. Auf die mana mehr. Komm der Stau noch. Hab die schon einfach voll глазаiert. Oah. Ein paar derniers mal. Meck immer auf die bot lane. Pids ist immer noch da. Das ist voll auf die Karnix. So, komm komm. Gehm zu bot. Komm komm. Okay, boss. Weiter müssen wir nach zwei Tower, oder? Es wird zu viel. Dann macht er einen Tower noch. Hat Yves nicht dann. Nice. Wirklich so. Machen wir jetzt fertig oder was? Ja klar, zieht durch. Aber wenn einer rauskommt, macht er den fertig. Dann mucken die nochmal auf oder was? Kann nicht wahr sein. Können wir echt noch verteidigt oder was? Na, fahr weiter drauf! Immer weiter drauf! Bitte mach das jetzt fertig. Ich sterbe sonst noch. Jetzt bist du mir leicht. Ich habe jetzt einen Tod. Über. Nice. Ja, sehr gut. Haben wir gezeigt. Perfekt. Vielen Dank für's Zuschauen. War ziemlich fett. Bis zum nächsten Mal. ja. 防 rapport. Ja. fires Vielen Dank.